Herzlich willkommen zum Wetter für drei für unsere drei Bundesländer. Es ist Sonnabendabend, kurz vorm Sandmännchen. Bedeutet, es ist Kinderwetterzeit. Und da geht es heute um die Frage, wie viel wiegt Regen? Und da fangen wir mal ganz klein an und schauen uns einen durchschnittlichen Regentropfen an. Und der bringt gerade mal 0,05 Gramm auf die Waage. Das ist ungefähr so viel wie eine Briefmarke. Nehmen wir mal ein paar mehr Regentropfen, schauen uns 20 Regentropfen an. Die wiegen dann 1 Gramm, ungefähr so viel wie ein halbes Gummibärchen. Und noch mal deutlich mehr Regentropfen, nämlich 20.000 Regentropfen. Dann sind wir immerhin schon bei einem Kilogramm. Oder aber so grob gerechnet 10 Tafeln Schokolade. Aber im Wetter sagen wir ja immer nicht, jetzt kommen so und so viel Kilogramm Regen auf uns zu. Sondern wir reden ja von Liter pro Quadratmeter. Und auch das schauen wir uns jetzt mal an. Wenn also ein Liter Regen auf die Fläche ein Quadratmeter fällt. Das ist ungefähr so groß wie das Seitenteil an einer Tafel in der Schule. Dann steht auf dieser Fläche das Wasser einen Millimeter hoch und hat die Masse von einem Kilogramm. Also ein Liter Regen pro Quadratmeter entspricht einem Kilogramm. Das nehmen wir mal mit auf die nächste Seite. Und dann schauen wir uns mal an, wie das aussieht, wenn ein Liter Regen pro Quadratmeter zum Beispiel auf ein Fußballfeld fällt. So ein Fußballfeld im Durchschnitt 7000 Quadratmeter. Und wenn das Wasser da einen Millimeter hoch steht, dann sind das schon 7000 Kilogramm. Gucken wir uns mal an, wie das beispielsweise in Leipzig aussieht. Da haben wir eine Fläche von 297 Quadratkilometern. Und wenn in der Stadt Leipzig ein Liter Regen pro Quadratmeter fällt, steht in der ganzen Stadt das Wasser einen Millimeter hoch. Und das sind dann 297.000 Tonnen. Eine enorme Masse. Und große Regenmengen kommen auch auf uns zu, wenn wir uns die Wettervorschau mal anschauen.